Die Knochen-Galerie Die Knochen-Galerie Die Knochen-Galerie Die Knochen-Galerie Die Knochen-Galerie außen rum und das ist der Weg aus der Wand genau der Tod ja aber die Traum macht bestimmt was los oh ganz viele Tote Sture aufstieg du glaubst es nicht, einen schicken Umhang habe ich aber auch gekriegt ja siehst du hier du hast schon wieder du hast schon wieder heimlich gespielt, ich bin noch gar kein Stufenaufstieg ich bin halt der Bessere ne, ist klar ja keine Ahnung ja ich weiß nicht ob ich irgendwo was vergessen habe da blinkt was, da ist ein Heiltrank, wieso wird das nicht angezeigt hm du kannst unten links neben deiner Waffe kannst du so eine Lupe klingeln dann sollte eigentlich alles was gedroppt wird angezeigt werden gut, genau, jetzt sehe ich es auch muss ich gleich nochmal bestimmt zurück und gucken das ist dann nochmal aufsammeln warte mh ja mh 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 4 mit mann so auch gut auch gut ich weiß nicht ich wollte weil jetzt nur so nicht vertraut die ich schon aufgemacht habe aber was genau ich bin ich vertraue ich bin ich zack auf es ist irgendwie so viel rechts nach Blut rechts mann schildstoff mit sie vorher alles nicht nehmen nur noch bunte sachen mit sozusagen von da oben ist auch noch was grün ist das muss ich gleich noch holen eisenring ist bestimmt interessant den halt und sollte ich vielleicht auch nicht vergessen hier ist noch einer alles gut warte da ist noch einer den muss ich noch gerade kaputt machen ok tschüss da ist auch noch einer kommen die aus den löchern oder jetzt ist auf jeden fall im loch gelandet ach so ein sarkophag soll ich noch vielleicht aufmachen kommt aber schick aus nein das geld nehmen wir mit wo ist knolle gewesen hier hinten noch und ich habe und jetzt hat er den mannertrank und dann noch ein trank die solle tür so war die aufmachen ich bin hier gerade noch wo ich hab sie schon aufgemacht weißt du ich bin hier am looten und du machst einfach hier die gegner ich will auch mal welche machen jetzt weiß ich will du bist ja ein karl heim sich verflogen das sieht gar nicht gesund aus ödgeist ich hab den irgendwie schon tot gemacht so hier ist ende wohl gewesen ja das war noch um weiter ich müsste mal irgendwie ein trank nehmen hier ist auch kein lud mehr da über die brücke warst du da schon hier geht es weiter wir müssen aber vorne noch was machen oder ja hier oben ist mir irgendwie noch oder ach so da muss ich nur aufsammeln messing schlagring bräunig normalen schild bei bestimmt noch nicht hier ist noch was grünes das gold nehmen wir natürlich mit das blaue nehmen wir mit das ist noch ein sarkophag den machen wir mal noch auf ein skelett rauskriegt auch noch eins oder mütze nicht identifiziert halt natürlich auch noch mit da unten liegt noch gold da kommen wir nicht mehr nach ist jetzt auch egal so dann über die brücke ja warte ich bin hinter dir hier liegt gold ich wollte vielleicht gerade erst mal gucken dass ich skille er und machen was da kommen keine gegner das hier kann ich ganz gut was kann ich weiter machen das kann ich dann nächstes mal machen wo muss ich jetzt drücken dass ich skille weil sie auch nicht mehr ihr und es glaube ich inventar fähigkeiten flammenhammer sehr schön kann ich jetzt auf einer nächsten stufe bringen oder was oder seismischer schlag hört sich auch cool an hier unten das passt noch das passt noch so die ist natürlich gut die pistole die ich da kann ich jetzt mehrere stufen hoch machen hier bei den fähigkeiten oder wie sehe ich das ja weil du wahrscheinlich nie ins geld hast und das ist meine quest inventar und die nach hier oben ist noch was zu machen was ist das denn hier so heilung pot heilimpuls alle zwölf sekunden radius 8 meter hört sich schön an aber was für ein heiler wollwerk immer aktiv das hört sich gut an feuer und funke haben aber noch eine stufe die gucken wir auch noch an schildschlag kraftfeld schildschlag 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 den nehmen wir mit weiß ich nicht hier nochmal gucken feuer schaden und sowas da bräune rosaxt oh das hört sich natürlich schon wieder wie so einen totenbeschwörer an den nehmen wir mit ein verfluchter ein verfluchter atem rauch vergiftet eure gegner wenn sie sterben werden sie in schattenlinge und heute verwandelt die zehn sekunden lang für euch kämpfen dieser drohner heil drohner hört sich nicht schlecht an aber eigentlich erstmal hier aufleveln ich glaube ich werde mal hier sowas mit diesen schattenlingen machen wenn ich soweit bin nichts mehr glaube so Fenster zu und wir können von mir aus über die Brücke ok ich bin rüber jetzt kann sein Treppe hoch oder was ja müssen wir sowieso was war das? keine Ahnung egal vielleicht irgendeinen effekt der bei dir gepackt wird vielleicht irgendeinen effekt der bei dir gepackt wird vielleicht irgendeinen effekt der bei dir gepackt wird ja jetzt wird schon viel los jetzt wir kommen hier leer oh das ist ein ein Endgegner ein Endgegner ist er schon tot? ne da ist er noch kommt schon her aber der traut auch immer ab der Doofmann ne? ja freiglich jetzt ist er runter gegangen aber da ist er kaputt gegangen ok ist hier noch einer? da ist noch einer da ist noch einer ach aufräumen tun wir später erstmal die Kap schon alle tot ok da geht es dann weiter hier ist noch einer aber den musst du aufpassen ich glaube die können sich glaube ich irgendwie teilen oder was ich weiß es nicht mehr da kommen wir daneben halt aus einem zwei körperlister interessant giftzauberstab Mannertrank Mannertrank ich habe ja was für dich bleib mal stehen Handbombarder hallo? ja wir müssen mal gerade handeln ok ok das ist glaube ich was für dich körperpanzer 11 körperpanzer 11 ok ich habe jetzt so viele Sachen giftzauberstab gibt dir deinem Begleiter der hat auch noch ein Inventar zweihändig wollte es ja nicht oder wie war das? nein vielleicht wenn ich dieses Totenbeschwören-Dings habe aber das heißt Level 14 ich habe ein Runenmeister-Set oder ein Stück davon Runenmeister? ja habe ich nicht ich habe Spaltruf so willst du das jetzt haben oder? ich guck mal gerade ob ich dir was brauchst du nicht ich kann das eh nicht benutzen gut dann nehme ich es erstmal ich kann es auch noch nicht benutzen siehst du ok das ist jetzt nicht wichtig was wir da mitgenommen haben da kämpfen wir erstmal so weiter oder? mhm die Balliste was ist das? taucht das? ist das gut? ist das schlecht? ich dachte du kommst jetzt mit wo bist du? da die sind alle runtergesprungen die haben voll schon vorgemacht die kommen alle runtergesprungen guck's dir das an dann muss einer mal hochgehen damit keiner mehr runter springt oder was? die kommen jetzt geister raus ich weiß nicht wer wo ist aber ich komm mal mitten rein ne pass mal hoffentlich da ist ein champion rosen-schämpel hast du denn vor dir oder was? ja die habt an ruhen gewonnen ich hab an ruhen gewonnen oh pass auf das ist noch einmal zwei was denn? wo ist er? engen Stufaanstieg jo hab ich auch Wandertrank Heiltrank 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 Reisestab ok einmal Deutsche Bahn da ist noch Geld ja gut musst du aber aufpassen dass du nicht zu spät kommst ja spät ist ein Schlachtwort ne oder? da soll man überdacht denken oh ja ich muss nur mal nachgucken was ich hier für meine Sachen brauche äh da drüben sind so doofe die schießen blöd die Schießer mache ich gerade noch kaputt also das ist ja nicht ne so Truhe ganz viel Geld oh ich hab einen Schein noch gekauft Giftring naja vielleicht ist ja auch noch interessant guck mal da vorne ist ein Skelett oben siehst du das? oben ja genau wir werden irgendwann hochgehen aber jetzt gehen wir erstmal nach links ich sehe noch was so ich denke mal wo bist du da? wenn wir jetzt zurückgehen wir springen sie runter pass auf was wer springt runter? die springen von da oben runter? ja guck ja da kommt er tatsächlich sag weg mit dir ok ok und das ist nur der springgrund ok weißt du die Fallen palziert tief mh die denken wir haben wir erst die denken halt die bei ganz um an gekommen und dann fallen sie ganz tief Ja, ich denke mal, ne? Gut, dann würde ich sagen... ...was ist mit dieser Folge... ...und wir würden uns freuen... ...wenn ihr das nächste Mal... ...auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss. Tschüss.